Guten Tag heute zusammen, darf ich vorstellen. Hello, Clio, neue R96, schöne Waldschleuder mit super geilem Auspuff. Der klingt wie die Hölle. Man hört es. Schon geil. Und da fehlt ein Baum. So muss das. So und wie anders. Wer ist er? Ja, Bauer R96. Waldschleuder vom 1. Kämpft sich hier durch wie sonst was. Man sieht, Handbremse wirkt auch perfekt. Tankdeckel ein bisschen modifiziert, weil wir den Schlüssel dafür nicht hatten. Aber naja, schon geil. Begrüßbare wirkt.